Ja, ich bin bereit, dieses Spiel zu gewinnen. Wow, schöner Fußball. Hey, hier drüben, schieß ihn rüber. Oh ja, hier kommt er. Vielleicht wie ein Volleyball. Oh, wow. Ja, der hat wirklich zu kämpfen. Danke. Die ist nett. Was guckst du denn so? Verschwinde, husch, von meinem Platz. Wer hat gesagt, dass du stoppen sollst? Weg da. Oh ja, das ist mal eine bequeme Bank. Was ist denn da drüben los? Boah, der wurde einfach von der Bank verscheucht. Ah, weißt du was? Ich habe eine Idee. Ich muss nur noch diese Schnur am Ball befestigen. Jetzt bin ich bereit, dem Rübel eine Lektion zu erteilen. Hey, kannst du mir helfen? Ach, na gut. Schätze, ich kann helfen. Zeit, dir zu zeigen, wie ein echter Profi das ist. Au, ouch. Was ist denn passiert? Ich meine, ich wollte den kicken. Oh mein Gott, der ist einfach umgefallen. Ah, und der hat auch seine Shorts zerrissen. Das geschieht ihm ganz recht. Das war für dich. Du hast ihn voll erwischt. Und danke. Denkt ihr, dass ihr einen kleinen Becher Wasser balancieren könnt? Scheint super einfach. Aber schafft ihr das auch auf eurem Kopf? Und bewegt euch dann in Richtung Boden. Mit dem Hintern zuerst. Und dann wieder aufstehen. Ach ja, und noch was. Du musst es mit den Knien greifen. Langsam. Ja. Oh, das war ziemlich beeindruckend, Hannah. Noch mehr? Du trinkst es auch noch? Wow. Gute Arbeit. Oh, ich muss das versuchen. Immerhin hat Hannah das so einfach aussehen lassen. Oh. Hier. Ja, das muss ein kleines Missgeschick gewesen sein. Na bitte. Nee. Alle guten Dinge sind drei. Angsthaft. Warum ist das so schwer für mich? Okay. Jetzt langsam nach unten gehen. Nicht zu schnell. Nee. Sind es vielleicht die Becher? Jetzt muss ich mich nur noch hinlegen, oder? Ich glaube, es funktioniert. Oh, ich war so nah dran. Ich glaube, ich habe langsam den Dreh raus. Oh, ich habe es tatsächlich geschafft. Und jetzt die Knie. Spann deine Bauchmuskeln an. Ich glaube, meine Beine sind zu kurz dafür. Komm schon, Beine. Wir schaffen das. Ich hasse diese Herausforderung. Wasser? Mach das mal alleine, Süße. Okay. Wasser im Anmarsch. Vielleicht ist es an der Zeit, aufzuhören, Julie. Ja. Zumindest lässt sie nichts unversucht. Ach. Es ist in meinem Mund gelandet. Ich habe es geschafft. Hannah. Du wirst es nicht glauben. Hä? Ah. Was ist denn mit dir los? Warum fühlt sich mein Gesicht so warm an? Mit so einem fantastischen Cool ist es mir vollkommen wurscht, wie heiß es da draußen ist. Hey, Emily. Spring rein. Ich komme. Meine Schuhe lasse ich einfach hier. Okay. Ich bin bereit. Ich werde nur für eine Sekunde rausgehen. Wenn du Streicher unter dem Rand des Pools liegen magst, solltest du dir den nächsten Streich auf jeden Fall notieren. Das ganze Chlor macht meine Locken so brüchelig. Ich knete doch ein bisschen Moos hinein. Vielleicht werden sie dann wieder ein bisschen voluminöser. Ach. Besser. Hm. Warte mal. Ich habe noch eine bessere Idee. Diese Schuhe hier sind voller Löcher, sodass wenn Emily hineinschlipft, überall Moos rauskommen wird. Pasierschaum, Moos oder selbst Sonnenflame, funktioniert alles. Schnell. Verstecken. Emily, komm her und leg das Luft mir hin. Das Wasser hat mich richtig schön abgekühlt. Ich ziehe mir nur noch schnell meine Schuhe an. Ich hoffe, dass das funktioniert. Schau dir diese Schaumkatastrophe an. Mann, der hat ihnen sogar ein Gesicht. Ich bin ein Streiche-Genie. Dafür habe ich mein Törvusmus gerne verschwendet. Mann, überall klebt das Zeug sogar zwischen meinen Zähnen. Sobald die Haare fertig sind, bin ich fertig. Perfekt. Aber fast hätte ich was vergessen. Ich brauche die richtige Hose. Ich kann ja keinen Pyjama tragen, oder? Meine Wäsche. Guten Morgen. Brauchst du Hosen? Die müssen hier irgendwo sein. Das sind alles Shirts. Nein, nicht das. Ist das überhaupt meins? Das ist es nicht. Ich glaube, ich habe was. Ich fühle Jeans. Das sind meine. Ich glaube, du irrst dich. Gib hier. Das ist nicht mal deine Größe. Ich habe die letzte Woche gekauft. Ich habe dir gesagt, dass sie mir gehören. Meine Haare. Meine Haare. Wie auch immer. Was ist das denn? Wie sind das hier hergekommen? Perfekt für eine klebrige Situation. Eine sehr klebrige Situation. Zuerst muss ich diese Jeans in die Finger bekommen. Langsam. Ja. Für diesen Streich musst du dich auf die Beine konzentrieren. Stülpe die Hose komplett um und hol dir das doppelseitige Klebeband und kleb es an die Waden. Zieh die Rückseite ab. Du brauchst es nur an einem Bein zu tun. Dann drehst du sie wieder um. Jetzt ist dieses Bein perfekt zugeklebt. Sie hat gar nicht gemerkt, dass sie weg war. Du hast meine Jeans nicht angefasst, oder? Ich ziehe mich jetzt besser an. Denk daran, ein Bein nach dem anderen. Ja, das ist die Sache mit Jeans. Du musst mit zwei Hosenbeinen klarkommen. Was stimmt denn hier nicht? Uff. Eva. Gib nicht mehr die Schuld. Das Tate war das. Komm schon. Ich muss diese Runde gewinnen. Warum ist dieses Spiel so schwer? Warte mal. Gewinn ich etwa? Boom. Ja. Ich bin die Zombie-Killer-Meisterin, Baby. Geh heulen, wenn du willst. Du bist so nervig, Maddie. Sieht so aus, als ob dieser Gewinner Nachschub braucht. Ja, dieses Glas ist leer. So ein Mist. Aber weil ich das Spiel gewonnen habe, füllst du meinen Trink auf, Verlierer. Die Küche ist gleich da drüben. Erinnerst du dich? Du bist gemein, weißt du das? Ich bin Maddie. Ich bin besser als alle anderen. Wie auch immer. Warum sollte ich das tun? Ich verdiene Saft, genau wie sie. Mann, ich habe den Pulli gerade erst gewaschen. Bitte keinen Fleck hinterlassen. Das nervt. Blöde, enge Ärmel. Apropos Ärmel. Ich habe eine Idee. Für diesen Streichdreh dein Pulli nach hinten. Er ist einfach, aber sehr effektiv. Vergiss die Kapuze nicht. Das ist fantastisch. Ich würde eine tolle Königin abgeben. Du liebst mich doch, oder? Stell dir vor, die Welt zu erobern. Was einfach wäre, wenn ich nicht so durstig wäre. Wie lange dauert es, Saft einzugießen? Drückst du Orangen aus oder so? Ach, du hast die noch nicht mal eingegossen? Hallo? Wie auch immer. Buh. Ja, guter Streich, aber ein bisschen nach hinten losgegangen. Mann, ich bin noch klebriger als vorher. Ich verliere. Wünschst du dir manchmal, dass dein Schwarm dir mehr Aufmerksamkeit schenkt? Sieht gut aus. Äh, hey, Chloe. Ich mag dein Shirt. Mit wem schreibt er eigentlich die ganze Zeit? Was soll das ganze Geschreibe von Liebe? Ich kann nicht glauben, dass er eine Freundin hat. Ich wünschte, sie würde Schluss machen. Vielleicht kann ich ein bisschen nachhelfen. Diese falschen Lippen können großen Schaden anrichten. Ich werde David einen Knutschfleck verpassen, den er nie vergessen wird. Bereit zum Ansetzen. Hä? Sag Tschüss. Was ist das für ein fester Griff? Ah! Also, das war, äh, merkwürdig? Jetzt nehmen die Dinge ihren Lauf. Was hält Amy so lange? Schnell, bevor David mich sieht. Er weiß nicht, dass ich hier bin. Der Knutfleck sieht perfekt aus. Ah! Ich hätte schwören können, dass ich etwas gehört habe. Die sind für dich, meine Schöne. Jetzt gib mir einen Kuss. Es ist das, was ich denke, dass es ist? Du Lügner, du Betrüger. Amy, warte. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Hätte es noch perfekter laufen können? Jetzt ab zur Planung unserer Hochzeit. Es geht nicht über den ersten Urlaubstag. Du kannst praktisch den Sonnenschein riechen. Diese Hitze ist unerträglich. Ich bin überhaupt kein Sommermensch. Was ist los mit dir? Aber es gibt noch so viel zu sehen. Blöde, heiße, schöne Natur. Schau dir dieses Haus an. Sieh dir diese Straßendampen an. Ich frage mich, wie weit sich dieser See erstreckt. Wir sind super nah dran, siehst du? Ich wette, du holst mich nicht vor dem Hotel ein. Ein Fuß vor den anderen. Los geht's. Los geht's. Endlich ein Platz zum Ausruhen für meine Füße. Ich könnte zehn von diesen Dinger trinken. Keine außerplanmäßigen Stopps. Erinnerst du dich? Oh Mann. War diese Reise nicht die beste Idee? Woher nimmt er die ganze Energie? Juhu. Das ist der langweiligste Urlaub aller Zeiten. Aber warum nicht etwas Spaß haben? Ich hab einen Lippenstift hier drin, oder? Blutrot. Das sollte uns ein bisschen ausbremsen. Ein paar Flecken können eine Menge bewirken. Jetzt bleibt nur noch eine Sache. Au. Chloe? Ich komme. Was ist los? Eiks. Das sieht ziemlich übel aus. Das muss an diesem ganzen Rumgelaufe liegen. Wir gehen besser zurück zum Hotel. Und hoch geht's. Jetzt fühlt es sich wie Urlaub an. Bis zum nächsten Mal. Which ist die goblet authority? Das muss ein bisschen aus was machen. Ich habe einen mehrефriten. Da können noch einmal den ganzen Homerخ prenten. Bis zum nächsten Mal.